So, Rennen ist gestartet. Pferde sind unterwegs hier zum dritten Rennen. Das Teilnehmerfeld geht relativ aufgelöst hier auf die Reise. Und der Favorit, der Ultra-Favorit, René Storm und Alexander Piech, ist hier sofort nach vorne gegangen, versucht hier eine frühe Entscheidung herbeizurüngen. Und so geht es dann in den ersten Bogen hinein mit René Storm, Startnummer 1. Der Ultra-Favorit an der Spitze ist hier Alexander Piech auf dem Weg zu seinem 47. Sieg. Aber wir haben noch ein paar Meterchen vor uns in der zweiten Position. Da geht Sunaya, die Debutantin, hat hier die zweite Position. Dahinter ist dann Wonderspeed zu sehen. Die Startnummer 2 hat allerdings schon einen größeren Rückstand auf den zweitplatzierten Anschluss. Das hat dann auch noch die Startnummer 4, Dream of You. Nicht ganz so gut kamen hier die drei Shirkhan weg. Ist hier momentan gar nicht mehr im Bild. Also es geht wieder an den Zuschauern vorbei mit Shirkhan, mit Quatsch, mit René Storm hier an der Spitze. Macht hier unverändert die Fahrt. René Storm an der Spitze, dahinter Sunaya hält hier zumindest Anschluss an den Favoriten. Dann die große Lücke zu den weiteren Pferden, angeführt von Wonderspeed. Und so geht es dann wieder in den nächsten Bogen hinein. Das Tempo ist hier nicht allzu flott vorgelegt von der Startnummer 1, René Storm. Die 1 führte vor der 5. Dann bleibt dahinter mit Abstand die 2 in der dritten Position. Wonderspeed an der Innenkante bemüht sich dann noch einmal Dream of You. Und Dream of You versucht hier dichter heranzugehen an die beiden vorderen Ausreißer. Nichts mehr zu sehen von Shirkhan von der Startnummer 3. Es geht wieder in den nächsten Bogen hinein. Shirkhan macht, nein, René Storm macht die Fahrt. René Storm bleibt hier vorne. René Storm, Sunaya. Die 1 mit der 5, das sind die ersten beiden Kandidaten. Dann sehen wir Dream of You an der Innenkante. Außen ist dann Wonderspeed unterwegs. Und da geht jetzt die Zweitplatzsitzung, Sunaya, dichter an René Storm heran. So geht es dann in den Einlauf hinein. René Storm, Sunaya dreht auf an der Außenseite. René Storm, Sunaya kommt an der Außenseite. Die 1 mit der 5. René Storm innen beschleunigt noch einmal und kämpft hier gemeinsam mit Sunaya um den Sieg. René Storm und Sunaya außen. René Storm, Sunaya. René Storm, Sunaya. René Storm und Sunaya. So geht es dann über die Linie. Und dahinter dann noch Dream of You auf dem dritten Platz vorbei an Wonderspeed. Siegpunkt Nummer 47 für Alexander Peach. Ja, meine Damen und Herren, dieses Ding hat er verwandelt. Alexander Peach hier auf dem Weg zu einem eventuellen Championat. Er verkürzt auf Andrastarke auf 47 Siege. Wie gesagt, Andrastarke hat momentan 50 Siege. Und Alexander Peach hat hier heute noch einen weiteren Auftritt. Und hier ist der vorläufige Richterspruch 1, 5, 4. 1, 5, 4 vorläufig. Und bei der Siegerehrung, da begrüßen wir recht herzlich den Repräsentanten der Nordwest-Ölleitung GmbH, Herrn Thomas Getrost. 2, 5, 3. 4, 4-5. 6, 6, 7, 8, 9. 9, 11, 10. Vielen Dank.